Hol' ich's mir? Hol' ich's mir nicht? Hol' ich's mir? Hol' ich's mir nicht? Hol' ich's mir? Hol' ich's mir nicht? Natürlich hol' ich's mir! Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier bei mir, der Caro und Samana. Das war New Pack Opening, hier, heute, mit wahrscheinlich Foodziehen. Warum sag' ich wahrscheinlich Foodziehen? Ja, ich hab' schon von mehreren Leuten gehört, ja, wirklich von mehreren Leuten haben mir geschrieben. Auch unter anderem Jack war dabei, die sich sogar fünfmal das Paket geholt haben. Die haben sich wirklich fünfmal dieses SWC 2018 limitiertes Paket, ja, ich muss selber erst mal gucken, ja, wie heißt es denn eigentlich, ja, geholt haben und da war nur Käse drin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, vielleicht haben wir heute Glück und der Molong kommt zu uns geflogen. Und da ist sogar noch ein Monster, was mich interessiert, weil, was das Coole an diesem Paket ist, wir gehen natürlich erst mal drauf, hier steht nochmal SWC 2018 Spezialpaket, Special Package. Ja, gut, ob das jetzt so special ist, weiß ich nicht. Aber, ja, wir können hier auch auf Info gehen, ja, gut, vier oder fünf Sterne Monster, was auf jeden Fall schon mal nicht schlecht ist, es ist safe ein vier oder fünf Sterne Monster, kein Three Star oder so. Zusätzlich gibt's noch 1250 Kristalle und auch noch 100.000 Mana-Steine. Gut, 100.000 Mana-Steine, ja, gut, Hamm oder nicht Hamm? Hamm, lieber Hamm, aber egal. Dann können wir hier natürlich noch drauf gehen, Beschwörungsliste, was gibt es denn da eigentlich? Es gibt SWC 2018 Schriftrollen Amerika, okay, es gibt SWC 2018 Schriftrollen Europäer, ja, das sind wir, uhu, und Asia-Pazifik, ja. Also an sich sind das fast nur Monster, die dir in der, oder euch, sag ich mal, in der Realtime-Arena hier weiterhelfen können. Vielleicht nicht müssen, einige von denen habt ihr vielleicht, vielleicht ist aber auch der ein oder andere Skill-Up dabei, ja, den ihr braucht. Könnt ihr natürlich auch mal gucken, uh, vielleicht ist das was oder das was. Ich werde mich für das, ähm, amerikanische, äh, äh, limitierte Paket entscheiden. Und zwar hab ich's zweimal geholt, ich hab's zweimal geholt, das heißt, wir haben zweimal die Chance, also fünfmal finde ich ein bisschen übertrieben, das ist mir persönlich zu viel Geld. Äh, ich hab lange hier Free-to-Play überlebt, aber irgendwie, ja, das Paket juckt mich und ich möchte es natürlich hier für die Community auch testen, ja, also bleibt hier dran und guckt euch an, was ich ziehe. Warum nehme ich dieses Paket? Weil Velajew drin ist und ich einfach noch einen sechsten Velajew brauche. Ganz einfach, also, die Frage schon, nein. Also, ich hoffe natürlich, wenn ein Nat5 kommt, wo die Chance natürlich auch sehr gering ist, ja, dass hier ein Molong rauskommt oder eine Diana oder ein Leo, weil die drei hab ich noch nicht. Die anderen drei habe ich. Bei den anderen Paketen sieht es an sich ähnlich aus. Äh, bei, okay, bei dem Europé-Paket hab ich zum Beispiel, ähm, vier Stück nicht. Oder vier Stück, ja, genau. Ähm, das Unicorn hab ich nicht hier, Pionier, Wusa, äh, äh, ähm, hallo? Victory. Ja, auf jeden Fall hab ich mehrere nicht, ja, ist ja auch egal. Ich hab mehrere nicht. Und bei Asia-Pazifik hab ich nur ein Toy nicht und das ist Amelia, ja, um es einfach mal kurz zu fassen. Hier hab ich zum Beispiel auch nicht hier die Driede und, ja, gut, hätte mich auch gejuckt, ja, hätte mich auch gejuckt. Aber ich hab ja, wer es nicht mitbekommen hat, ich hab dem Feuer gezogen, ja, letzte Woche, die im Stream dabei waren, wissen das. Ähm, mein Gott, ja, ist okay. Ja, Guild War, heute, Samstag. Ja, muss ich auch noch machen. Hm, okay, später, weil ich nämlich muss, muss danach jetzt, nach der Aufnahme und nach Schneiden und Hochladen, muss ich echt ganz schnell los. Weil ich war heute den ganzen Tag auf der Baustelle, wer es nicht weiß, ähm, vom Bekannten von mir, von der Debbie, von der Familie, wer vielleicht auch Debbie kennt, ist eine gute Freundin. Und die war auch schon oft mal im Stream von der Familie, ist die Tischlerei abgefackelt. Morgen dazu kommt das Video, wir werden vom Montag bis Mittwoch einen Spenden-Stream machen. Und, ja, ähm, einen Gefallen könnte man ja noch schon mal tun, auch wenn ihr sagt, okay, nee, Spenden ist nicht so meins. Oder ihr sagt, ja, warum soll ich oder wie auch immer, ähm, oder ich hab kein Geld dafür. Ja, also, selbst wenn man nur drei Euro spendet, ist das natürlich auch schon eine Hilfe. Aber selbst dann, bitte, also, ist jetzt wirklich mal von Herzen ein Wunsch von mir, wenn ich morgen dieses Video hochlade, ja, und ihr könnt, was, was auch immer, was ihr darüber denkt oder so, mir ist das wichtig. Und, ähm, ja, äh, dann teilt das bitte auf Facebook, Social Media oder was auch immer, dass vielleicht Leute erreicht werden, ja, die vielleicht den einen oder anderen Euro über haben. Wie gesagt, selbst wenn es nur drei Euro sind, ja, also, es ist wichtig. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema, es tut mir leid, dass ich abgeschweift bin, tut mir leid. Wir werden jetzt natürlich das Opening machen, ja. Ja, wie gesagt, ich entscheide mich für das erste Paket. 1.250 Kristalle ist gut. Ja, wenn wir uns, äh, überlegen, ja, 54,99 Euro kostet auch das Devilman-Paket. Devilman ist natürlich immer sehr wichtig, aber nur mit 750 Kristallen drin, beispielsweise. Äh, wir bekommen hier noch so eine SWC-Flagge, okay, die kommt dann neben meiner, äh, vom letzten Jahr. Und, äh, wir kommen hier, äh, ruhmreiche Arena. Naja, das ist dann wieder hier was für, ohne Momento, ohne Momento, hier für unser Profil an sich, ja. Für unser Profil wäre das dann auch noch was, ja. Wir machen noch einen Wunschbrun und dann geht es los mit dem Special Opening. Ich werde natürlich noch zwei Pakete holen, ja, zweimal mystische Schriftrollen, ja, also zweimal Premium-Package. Eigentlich wollte ich jetzt eigentlich immer hier in den Ernst-Shop investieren, weil ich ab und an echt mal... coole Sache, 100 Kristalle. Gott, wie lange bin ich nicht mehr auf 100 Kristalle gekommen, mein Gott. Ihr bringt Glück, der, ich muss immer aufnehmen, wenn ich hier Wunschbrun habe, muss ich immer aufnehmen. Das bringt Glück, ja, äh, keine Ahnung. Komm, du hast, merkt das einfach, wenn eine Game-Capture-Card angeschlossen ist. Oh Gott, wir müssen was Gutes raushauen. Nein, Spaß. Äh, wir fangen an. Also, ich habe es natürlich schon hier im Briefkasten. Hier haben wir, wie gesagt, dieses, diese ruhmreiche Halle. Hier haben wir die, diese Flacke. Die können wir jetzt hier neben die andere packen vom letzten Jahr oder beziehungsweise packen wir die... Hallo? So, packen wir die hier hin, ja, dann... Oder nein, ich will die daneben haben. Geht das? Oh, hier, guckt es euch an. Oh, Magic. Optik der Insel. Ich habe ja letzte Woche von einem Zuschauer, ja, von der Community eine Insel dekoriert. Ja, gut, war jetzt nicht so pralle, aber hey, es hat, es war anstrengend und es hat mich irgendwie genervt, aber gut. So, gucken wir mal. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf, tut mir leid, ich bin abgeschweift hier. So, okay, ja, wir nehmen das erste Paket American Package, okay, und hier nehmen wir auch das erste Paket American Package. Am Ende ziehe ich jetzt gleich Molong, aber hey, wir haben ja noch Diana. Ja, gut, okay. Okay, so, achso, wir müssen ja noch hier, ähm, Special Paket, ja, wir bekommen eine Mystische, das Event läuft immer noch, immer noch eine Mystische mehr. Das heißt, wir bekommen hier zwölf Mystische raus, wie PIA. So, das reicht, die anderen Kristalle hebe ich auf, ja, zum Refillen und so weiter. Wenn ich hier schon reincashe, dann auf jeden Fall was aufheben, ja, um einfach noch ein bisschen mehr hier, äh, ja, ähm, zu spielen, zu farmen und so weiter. So, sechs Stück können wir hier wegpacken, ähm, dup, 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 oh, ich hätte das Devilmonbo auch wegpacken können, aber gut, okay. Ich weiß nicht, reicht das? Reicht das vom Platz? Weil ich glaube auch noch eine Wasser- und eine Windrolle habe, um hier ein Special Opening zu machen, aber es müsste jetzt reichen. Rein theoretisch, aber mal gucken. So, bin mir nicht sicher, was ich überhaupt habe. Aber okay, wir eröffnen natürlich erstmal die Mystischen Schriftrollen, wenn jetzt hier Mulong und, und, und Diana rauskommt. Ohne Mist, dann, äh, RIP, RIP. Aber hey, dann wäre es echt Troll to Ass, dann wäre das hier alles Scam, ja. Ja, ich habe Angst, ich habe Angst. Oh, sehr schön, ja, das sind Skill-Ups hier für meine Triana. Ich habe mir jetzt die Triana auf Sixter gezogen, ja, äh, das ist gut, ja. Ich brauche da auf jeden Fall noch ein paar Skill-Ups, ja, für die Hafen, die ziehe ich ehrlich gesagt auch nicht oft. Und deswegen freue ich mich da, dass jetzt hier mal, äh, so ein schöner Skill-Up mal irgendwie rausgekommen ist. Ah ja, brauche ich... Oh mein Gott, tut mir leid, ich bin hier schon wieder dagegen gekommen. Äh, brauche ich leider nicht, also eigentlich gar nicht mehr, aber gut. Nehmen wir mit, ja, ist wenigstens ein Lightning, ganz schön zwei Lightnings. Das ist, äh, bisher eine gute Lightningquote. Also wenn jetzt nochmal zwei kommen in dem zweiten Paket, was wir da auch geholt haben. Dritter Lightning, hey! Oh, Ripper, nein. Ja, natürlich, wenn man die Fusion macht oder sowas, dann ist das natürlich sehr hilfreich, ja, wenn man die natürlich, bevor man die Monster fusioniert, irgendwie verwendet und beziehungsweise bekommt, hier rauszieht, das ist gut. Aber kommt du erst, ich brauche diese Toys nicht mehr. Ich brauche sie nicht mehr. Aber gut, vier Lightnings in zwei Paketen. What? Aber auch, das brauche ich nicht mehr. Aber auch das, mein Gott, aber von der Lightningquote bin ich echt überzeugt. Also die gefällt mir, das finde ich, finde ich nice, das ist sehr gut. Dankeschön, kommt du aus, ja. Hier noch eine Wasserrolle. Molon, come on! Wusa, Molon, komm zu mir, bitte, please! Nein! Gibt's Pirates in dem Paket? Warte mal, wo ist denn das jetzt? Wo ist das Paket? Gibt's da Pirates? Nee, Pirates nicht. Ah, shit, da gibt's eisig! Ja, heute ist bestimmt eisig-Time. Wir ziehen eisig, ich sag's euch, wir ziehen eisig. Aber hier steht's, oh, hier ist es ja nochmal, was wir da genommen haben. Ach, okay. Okay, also die Triade, Molon, ja, Lio und Diana. Und Anubi-Skill-Ups sind auch ganz nice. Horus-Skill-Ups, ja, kann man auch mal mitnehmen, aber okay. Oh, ja, genau. Jetzt, was ich gar nicht brauche, ja. Es wird wahrscheinlich wirklich so werden, wie die Leute, die es geschrieben haben, ja. RIP 110 Euro. Okay, okay, mit Amazon Coins gekauft. Aber trotzdem, RIP 95 Euro ungefähr so. Ah, wenigstens was, wenigstens was, ja, habe ich die Triade gezogen. Das ist die einzigste Triade, die ich noch nicht habe. Und deswegen, yes, ich bin glücklich, dass ich sie jetzt gezogen habe. Oh, wenigstens was. Okay, kein Molon, kein Molon, kein Molon, kein Molon, aber es ist wenigstens was. Das freut mich. Ähm, also wie gesagt, mir sind die Pakete einfach jetzt mal auf gut Deutsch zu teuer, ja. Ja, natürlich, man hat jetzt hier, ähm, Forster oder Fivester drin, trotzdem ist es viel Geld, ja. Ja, 54,90 Euro ist einfach too much. Das heißt, habt ihr kein Geld oder wie auch immer, dann gebt das Geld nicht aus, ja. Wie auch immer. Wenn ihr arbeiten geht, was auch immer macht und viel Geld habt, dann könnt ihr machen, was ihr wollt mit dem Geld. Aber, ähm, wenn man eh nicht so viel Geld hat, dann sollte man das wirklich lassen. Sollte man hier die Finger von lassen. Weil, ich meine mal, die Chance, hier steht zwar nicht da, wie hoch die Chance jetzt ist. Ich gehe mal von aus, die Rate wird jetzt hier nicht irgendwie drinstehen von den neuen Rollen. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass die Rate, nee, legendäre, vielleicht zählt das auch wie so eine legendäre, dass man 6,5% Chance hat. Aber man kann auch eine 0,5% Chance auch bei dieser Rolle haben. Es ist leider schade, weiß nicht, wenn irgendwo da steht, ja, wie hoch die Chance ist, ein Nut5 aus dieser Rolle zu ziehen. Vielleicht zählt das auch wie Stones. Das kann auch sein. Sondern aber selbst da haben wir ja im Prinzip 0,5% Chance, hier ein Nut5 zu ziehen. Und bei, äh, 5 mal 54,99 Euro, die Chance hier einfach ein Nut5 draus zu ziehen, ist trotzdem sehr, sehr gering, ja. Also, gut. Ladies and Gentlemen, ich danke euch natürlich fürs Zugucken. Denkt an das Video morgen, ja, das irgendwie, äh, euch anzugucken oder wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall Montag streamen, Dienstag streamen Mittwoch. Montag wahrscheinlich 18 Uhr, Dienstag ab 19 Uhr und Mittwoch ab 13 Uhr. Und wir haben auch einen Gast, ja, wir haben Jack the Pot mit dabei. Zumindest einmal, ich glaube, Dienstag. Wir hatten, glaube ich, Dienstag ausgemacht. Ja, der das natürlich auch mit unterstützt. Und ich danke euch hier nochmal fürs Zugucken, ja, wie oft will ich das noch sagen. Haut an High, viel Spaß und Bye, Bye.